In diesem Haus, liebe Zuschauer, befindet sich ein kleiner Betrink von Spezialisten, die mit sehr empfindlichen Materialien handieren. Aber keine Angst, es wird schon nichts Schlimmes passieren. Allerdings, man muss schon mehr aufpassen, dass nicht irgendwo Patrick seines Schleppchen aus der See oder so... Jetzt habe ich schon etwas abgedreht. Natürlich gelten schlechte Sicherheitsregeln, aber man ist experimentend auf ihrem Feuer. Und da sollte eigentlich nichts daneben gehen. Eieiei, da feint doch der irgendwas. Da oben feiern sie. Das fährt doch nicht etwa. Na? Na, man wird doch wohl gleich den Feuerlöscher bereit haben und die Sonne hat die Welt erledigt. Oder? Na? Na, na! Nein, das stimmt fast nicht. Das scheint nicht zu klappen. Wir müssen die Feuerwehr rufen. Ja, da ist ja auch schön der Feuerarabend ausgemützt. Na? Ja! Na? 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 Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Das heißt, das erste Fahrzeug ist hier und das zweite Fahrzeug ist hier. Z.V.U.S. soll der Föhrmann-Türkler, der ist hier sehr klar befinden, Das ist eine Veränderung der Schraubereiter geworden ist, die nächste Kommission auf diesen Parkplatz zu löschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020